Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man sein Steam-Guthaben aufbessern kann. Ja, das ist auch im Prinzip total einfach und ganz Steam-intern. Und zwar geht ihr dazu einfach auf euren Profilnamen, scrollt dann eben runter auf Inventar und klickt dann eben da drauf. Nehmen kurz warten, bis es geladen wird. So, jetzt scrollt ihr runter und seht halt schon diese Karten von Counter-Strike und so weiter und so fort. Da könnt ihr die in Gems umwandeln, das gibt halt so Boosts. Oder weiter unten im Community-Markt anzeigen. Das steht jetzt zum Beispiel bei der Counter-Strike-Karte ab 0,07 Euro, also 7 Cent. Jetzt könnt ihr einfach mal auch, jetzt fährt ihr einfach eine Karte aus, ist vollkommen egal welche. Ich habe jetzt die ganz auf ihre Chaos-Karten genommen, weil Baum einfach so. Jetzt könnt ihr da euren Preis einticken, den ihr erhaltet und dann wird automatisch schon eingeben, was der Käufer zahlen muss. Und wenn ihr dann einen Preis eingetreten habt, der natürlich im Bereich liegt, weil wir waren es jetzt 0,04 Cent, ich habe schon auch glaube ich 0,04 Cent angegeben. Und dann tippt ihr einfach auf OK zum Verkauf anbieten. Da bekommt ihr auf eure Steam-App so eine Benachrichtigung, so eine Bestätigung als Anfrage. Dann bestätigt ihr das eben und dann wird das Reinkauf angeboten. Und dann können das andere User kaufen. Und das Geld wird euch dann gutgeschrieben. Ich habe das zum Beispiel mit so einem Ermaier-Kolbe von Spork gemacht und auch für 1 Cent habe ich ihn verkäuft. Wird er verkauft, ich hatte vorher 8,89 Euro und jetzt habe ich 9 Euro. Ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Lasst doch ein Like da, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Video. Vielleicht könnt ihr euch ja auch ein bisschen Geld damit herzoverdienen.